Und Willkommen zurück bei Kingdoms of Amalur Reckoning. So ja, im letzten Fall haben wir den großen Heiltrank für die verletzte Feige geholt. Wir haben die Aufgabe dann noch angenommen, zum Haus der Balladin zu weisen, um den Feinde sozusagen zu leichten. Und stehen jetzt vor der Entscheidung Entweder. Im Landeslehrling zu finden. Allerdings so nett war die Erzsatzung auch nicht. Ich hatte uns den Trang jetzt auch mal verkauft und Bruder Egan finden. Ja, das können wir auch noch machen. Oder halt den Angriff zu melden. Oder wir gucken uns die Wissensersprache an. Ich kann sagen, das klingt auch gut. Oh, ah, da hab ich gerade noch. Ja, dann gucken wir uns doch einmal kurz diese Gesetzesbrecher-Grotte an. Mein Liebes-Grotte vielleicht. Na, ich vermute eher weniger. Okay, die scheint jetzt auch halbwegs die Wissenschaubar zu sein. Mal gucken, wie viele Gesetze da hier drin sind. Ich schaue euch an den Klassen. Die fragen mich natürlich... Und hier kann ich mich gut angehen, Ich scheine es wirklich so zu sein in der Knast zu sein... So ein bisschen. Ich glaub, wir machen das gar nicht, dass ich hier bin. Ich grüße euch. Ah, okay. Ich gehe da mal lieber nicht ran. Schön, euch zu sehen. Ja, super. Jetzt sind wir hier am Knast. Kann man ganz super gehen. So, dann gehen wir da noch mal eben hier raus. Können wir mit dem Netten hier reden? Nö. Wir lassen jetzt natürlich auch nicht frei. Keine Ahnung, ob wir das könnten. Willen wir die Wachen angreifen oder so? Ja, könnten wir wahrscheinlich auch machen. Aber... Nee, nee, so sind wir nicht. Wir wollten ja nur mal gucken, was hier ist. Quasi das Gefängnis von Gorhard. Gut, dann würde ich sagen, können wir uns vielleicht doch einfach mal darum, der alte Müslin, sprich Apothekerin, zu helfen, ihren Lehrling zu finden. Weil der hat da ja irgendwo noch das Rezept rumliegen. Ich grüße euch. Und... Ah, dort ist der Höhleneingang. Da vorne sind Boggarts, was auch immer. Und Bär. Und Mula Baumschar. Das klingt doch nach einem wunderbaren Anliegen, ja, zu eredigenden Auftrag. Für uns. Ja, da kann man wahrscheinlich von oben runterspringen. Okay. Das ist ein... Ackenfall. Sonst verpasst. Die Frauen sind gerade in den Baumschrank. Gucken wir gleich mal eben nach. Wir holen uns aber erst mit dem Stein, weil wie gesagt, der wird ja wieder ein bisschen mit uns reden, sozusagen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, was die Feinen über diese Steine sagen. Doch wenn es stimmt... Nun, das ist einfach gut, um es nicht auf ewig zu bewahren. Lüstrum war nicht in der Stadt, als Ahrtal zu Besuch kam. Lüstrum kennt Ahrtal nicht. Und Ahrtal ist älter und etwas seltsam. Man könnte sie für eine Schicksalsweberin halten. Als Lüstrum wieder in die Stadt kam, fand er dort Ahrtal das Orakel vor. Ich sagte Lüstrum, ihre Prophezeiungen sind unglaublich. Geh sie aufsuchen. Ihr hättet es sehen sollen. Ein Gockel, sagte sie, wird zu einem Mann werden und dieser Mann wird euer Geliebter werden. Er wird für euch sorgen, euch zum Lachen bringen, euer Leben aufregender und einfacher machen. Oh! Eines dürft ihr nie vergessen. Er darf kein Hühnerfleisch essen. Gelegentlich muss er nach Dingen auf dem Boden picken und jeden Morgen mit der Morgendämmerung wird er einen lauten Schrei ausstoßen. Ja, wir haben wieder eine schöne Geschichte gehört. Dann geht es jetzt aber nach Agnus, Agnur Fahal rein. Und ja, man sieht auch, unser Schwert hat einen schönen Feuereffekt. Ist doch nett. Kein ganz langweiliges Schwert. Und hier suchen wir jetzt den knappen Gehilfen. Naja. Genau. Von der Apotheke. Sagen wir mal die Hilfe. Pflänzchen. Seetachs. Das sollte ich auch demnächst mal nachgucken. Damit ich euch das vielleicht auch mal in einer der nächsten Räume auch mal schon mal zeigen kann, wie das mit der Altenie funktioniert. Da würde ich allerdings auch die vor-online nachgucken. Und wenn wir sie jetzt einfach kaufen, oder sie halt so entdecken. Statt zu entdecken, kann man auch einfach mal Internet natürlich nachgucken. Und sich das so ein bisschen einfacher machen. Da ist er doch. Da ist er bei solch. Ja. Hallo. Hier bin ich. Was macht ihr hier unten? Ich bin dumm. Das ist doch eine schöne Aufteilung. Das ist doch eine schöne Aufteilung. Ihr ganzes Leben ist eine Lüge, die sie selbst erzählt. Okay. Was ist denn mit der Formel geschehen? Oh, ich verstehe. Die raffinierte Gnomen hat einen Schämchen gefunden. Wie erquicklich. Nanne war schon immer eine Nerren. So sehr in ihrer Arbeit versunken, dass sie die Täuschung direkt vor ihren Augen nicht sah. Ja. Die rote Legion hat ihre Formel. Denn ich habe sie ihnen gegeben. In diesem Augenblick schaffen sie Kisten davon nach Osten zu der Stadt Rathir. Wo sie dafür einen hohen Preis erzielen werden. Arme Nanne. So vertrauensselig. So lächerlich. Sie darf natürlich nie von meiner Liste erfahren. Ihr versteht. Ja. Ja. Spannende. Ich werde mich nicht schrecklich. Ich werde mich nicht schrecklich. Ja. Das ist doch sehr. Ja. Ja. Yeah. Ach. Hättest du dich wohl nicht mit mir anlegen sollen, wer da kacht. Wie läuft es jetzt anders als vor? Das muss ich mir gleich mal gucken. Erstmal noch die Kiste. 16 Liter. Ah, ein neuer Hammer. Mal kurz gucken, ist er besser als meiner. Nö. So, mal gucken wir kurz wegen der Quest nach. Kater zu geben, für die Banditen der Roten Legion zu arbeiten. Die Bande hat voneinander eine gefährliche Geheimformel nach Osten zu bringen, um sie dort der meistbietenden Kriegspartei zu verkaufen. Ich muss unbedingt die Transportkisten zerstören mitsamt der Formel. Okay, das klingt auch nach einem guten Plan. Und da hinten leuchtet es auch und das ist natürlich auch gegig, ne? Supermal aber nicht, Alter. Ich hab jetzt ja lange geschickt. Raus kann ich wirklich? Okay, haben wir zwei. Okay, zehn Kisten zerstören. Okay, zehn Kisten zerstören. Ich hab schon mal die ersten beiden. Und da hinten sind gleich noch mehr Geheimformel. Okay, das war ein einfacher Kampf. Mal gucken, ist hier noch irgendwo was zu mitnehmen. Dann muss ich hier noch mal ein bisschen kommen. Und dann? Nö. Und? Entschuldigung. Upsa. Nö. Scheint mir nix zu sein und dann? Wir sind hier gerade ein bisschen wenig Kreise eigentlich. Hier vorne ist eine Weggabelung. Mal gucken. Ok, da unten sind Kastis, warum sehe ich nur zwei Kreise. Das erzählt mich gerade ein bisschen. Sind die Kisten nicht nur hier? Oh, da sind kleine... Aber nicht, dass es gegen die Kisten nicht ist. Mein Leichnam. Schönen Dolch. Ich glaube, es ist hier auch eine versteckte Kiste. Ok, gut, ich gucke jetzt noch mal in den Kisten. Erstmal bin ich ein Dolch. Die Kisten weg. Kommt schon da langsam dran, aber noch mal ist das Set das Beste. Wie gesagt, ein Setteil kann ich ja auch eigentlich ohne Probleme ablegen. Ich würde es natürlich dann erstmal noch an die Pflanze und die Kiste sollte ich natürlich auch mitnehmen. Ich sollte es natürlich erstmal nur behalten, bis ich sozusagen das Set komplett ausgetauscht habe. Ja, die Pflanze nehmen natürlich alles mit, weil wir brauchen massiv Gold. Sag ich jetzt einfach mal. Gold kann man immer gebrauchen. So, mal gucken wir uns hier doch den Teil an. Was ja wirklich schön an diesem Set ist. ist, dass ich hier die ganze Zeit auch mein Leben langsam regeneriere. Manchmal ist es schwer zu glauben. Doch ihr könntet die seltsamste Tatsache akzeptieren. Ihr habt euch getäuscht. Ja, doch das und diese endlose Leere ist schrecklich. Die Alpen waren hier. Sie haben sich selbst in diese Welt gebracht. Der zeitlose Kreislauf dreht sich und dreht sich. Die Zyklen treiben mit dem Strom. Sie warten auf die Vergangenheit. Die Zukunft bringt den sich bildenden Sturm. Dieser Ort taugt nicht zur Heimat. Für niemanden. Da behalte ich noch Schaffertsfein. Die anderen haben zwar vom Rüsterminimal besser, aber ich habe das Gefühl, die anderen haben einfach noch mehr Ponies drauf. und dachte, für so etwas Kleines war... Nee, 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 nee. Ja, beim Blumenflug kann man ja recht häufig auch mal nix und sagen, keine Erfolge. Ich mache es auch gleich wieder... das ist ja auch noch nicht. Ja, ja. Dann hast du das noch verwenden können. Warum? Stimmt, mehr Erfahrungspunkte, ne? Ja, sollte er vielleicht doch mal verwenden. Dann geht es weiter. Ah, da sind Kisten und drei gegner dann würde ich sagen kann man auch da wahrscheinlich leichter mal supermodus verwenden hier sind einfach recht wenig pflanzen ich darf einfach mal ein bisschen schneller durch ah der vibriert auch der controller richtig stark finden wir gut Sachen zum verkaufen brauchen wir immer wir haben ja auch immer noch ganz viel in unserer Teidekiste die könnte man halt mit Schmiedekunst voranbringen auch eine Sache wo wir uns auch noch mal demnächst um kümmern müssen aber jetzt wird erstmal gekämpft die anderen sollten auch schreckend tot sein schade 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 Oh, sie war noch nicht fertig. Entschuldigung. Wollte ich jetzt endlich abbrechen? Ich dachte, sie war fertig. Ja, scheinbar sind hier die Kisten noch woanders. Ah, jetzt sind wir genau die Etage höher. Das hatten wir vorhin schon gesehen. Da ist der Eingang. Wir sind eine Etage höher. Ah, da ganz oben. Da haben wir auch die Gebrüder krass. Wo da Egon finden? Ich würde sagen, gehen wir das doch erstmal an. Ja. Ja, das sind nur die Etage höher. Und wir müssen hier unten. Die Eingang. Oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zum Wegpunkt. Das ist irgendwo ein Bärchen. Das Bärchen hatte Gold dabei. Ich höre mal ein Bär das mal. Die Schicht, wie kann der es schaffen, Gold mit sich rumzutragen? Gut, aber besser als dass er ein Schwert mit sich trägt. Also von daher ist das ja an sich schon in Ordnung. Oh, wir laufen jetzt hier zum Bruder Eger da vorne. Scheint da irgendwo gleich zu sein. Oh, und da sind auch ein Wichter. Redet mit mir. Ja, was sollte ein sterblicher Vagabund von Kasmaran dem ewigen Wollen, dem Boten des feilen Volkes? Sprecht. Meine Zeit mag ewig sein, aber wertvoll ist sie dennoch. Hä? Ich glaube, du hast ein zu viel auf den Kopf bekommen. Ah, es ist ja mal über dich. Es klingt ziemlich dämlich, nicht wahr? Ja, das dachte ich mir schon. Ich brauche einen Magier-Namen, wenn ich allmächtig bin. Wenn meine Magie derart gewaltig ist, dass es niemand mehr wagen wird, mich herauszufordern. Ja. Wie wäre es mit Abner der Visionär oder Malik der Ruchlose? Lord Zaltenus? Nein? Und das waren schon die Gruppen. Ja, nur Domenus. Ähm, ja. Du bist doch eigentlich Bruder Eger. Ich bin noch neu in den Feinlanden. Bevor ich der Mission beigetreten bin, hatte ich mein Heimatdorf noch nie verlassen. Aber ich wollte die Welt sehen und habe mich ihr deshalb angeschlossen. Ich wollte die Gärten von Usa sehen, um Gnomen und Alpha zu begegnen, um zu leben. Der Orden Metarus war eine gute Möglichkeit, mein Zuhause zu verlassen, aber ich will noch viel mehr. Ah, okay. Ich bin hier, um euch zu retten. Wartet. Vater Dünwell schickt euch nicht wahr, der alte Narr. Sein Weg zur Macht war zu mühsam und jetzt will er mich auch bremsen. Ich habe neue Freunde. Feien Freunde. Sie heißen Finna und Arbos und sie haben geschworen, ihre Geheimnisse mit mir zu teilen und mir wahre Magie zu schenken. Sie wollen dafür einen alten Schatz, der in den Höhlen des Wasserhallengrundes vergraben ist. Ich werde ihn holen. Irgendwann, sobald ich... Sobald mir danach ist. Okay, sag mal doch mal, wo diese Fienner und Arbos sind. Sie sind Feienzwillinge und sie sind wunderschöne magische Wesen. Sie haben versprochen, mich Magie zu lehren, damit ich die Welt so sehe, wie sie wirklich ist. Sie verlangen dafür nur von mir, dass ich ihnen ein Relikt bringe. Das ist ein großartiges Geschäft, glaubt mir. Nicht so wirklich. Ich glaube vor allem, nachdem ich den Herbogen dagegen bin, die mich kämpfe... Also gut, wenn ihr so edel sein wollt, aber rechnet nicht mit einem Anteil des Schatzes. Das ist mein Schlüssel zu einer mächtigen neuen Zukunft. Einer Zukunft voller Magie und Wunder. Gehen wir. Dann lebt wohl. Gut, dann folgen wir ihr da. Ein bisschen Zeit haben wir ja auch noch. Echt, der war alleine, der wird wirklich nicht weitgefahren, wie wir ihn haben. Es gibt hier zahlreiche Wästchen. Und ich denke, wir betreten ihn auch schon mal. Wenn wir weitergehen, bleibt bitte in meiner Nähe. Ich verfüge über keinen nennenswerten Mut. Ehrlich? Ihr könnt gerne Vater Dünnwell fragen. Okay. Aber erzählen wir doch was, das ist für ein Ort. Laut Legende hat sich der große Feinmagier Amman der Gerissene in diese Höhlen zurückgezogen, um seine Schätze vor den Sterblichen zu verbergen. Darunter war auch der Selkischleier. Man nennt ihn den Selkischleier. Und er soll die Macht haben, seinen Träger in jede Gestalt zu verwandeln, die er wünscht. Finna sagt, er gehört den Fein, wurde aber gestohlen. Man sieht sich. Man sieht sich. Aber ich bin ja mal nicht so. Ich laufe mit dir hier gleich rum. Warte, noch eine Pflanze? Gut, aber diese Höhlen, wie hießen sie? Der Wasserhallengrund, den erforschen wir dann erst in der nächsten Episode von Let's Play Kingdom of Amalur Reckoning. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und sag schon mal, bis dann. Gut, aber das ist, ihr clawt ein wenig genome. Und deve sich für fica was. Und das ist